Kurzer Nachtrag noch, letzte Woche hatte ich ein Gewinnspiel angegeben, ShapeU Produkte und zwar konnte man da gewinnen H2O, das neue Whey Protein Isolat. Ich muss gerade einmal schauen und nicht, dass ich was Falsches erzähle. Das ist hier also wirklich das Isolat. Ich hatte dort angekündigt, schreibt mal ein aktuelles Gewicht drunter und ich habe mich jetzt letzte Woche dann diesbezüglich gewogen. 91,2 Kilo wäre die Antwort gewesen. Ich schaue in die Kommentare nach, wer da gewonnen hat und ansonsten wähle ich natürlich die Leute aus, die am nächsten dran sind. Also die Gewinner erhalten von mir persönlich eine Nachricht und dann kriegen die direkt von ShapeU die Produkte zugeschrieben. Also viel Erfolg euch, viel Spaß und gebt mir einen Daumen hoch, damit zukünftig auch solche Gewinnspiele wieder veranstaltet werden können. Wir sehen uns. So, ich habe gerade das Paket aufgemacht. Was natürlich als erstes schon auffällt, das ist hier das sogenannte RAM. Das wird verwendet zum Band. Ich zeig das mal, was das Ganze ist. Das ist ein Super RAM. Das ist ähnlich wie ein Deuserband bzw. ein Kraftband.